Wenn ich einen gefunden hätte, dann hätte ich mir noch ein paar Diamantenspitzhacken bauen können. Und dann hätte ich noch ein paar Sachen suchen können. Und so. Und so und so. Ja. Ja, Diamanten sind aber im Moment noch ziemlich rar. Sehr gut. Warte mal, bleib mal stehen. Hey, keine Kartoffeln. Na doch, ich kann was aufnehmen. Ja, hast du? Ja. Ich geh jetzt raus und geh die Kartoffeln holen, ja? Okay. Danke, danke. Wofür? So, ich sammle die mal ganz kurz jetzt hier, die Steine. Das kann ich kaum teilen. Ja. Ich blumse runter. Dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. So, dann sammeln wir uns mal wieder ein bisschen Kohle an. Hm, 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 hm. Boah, es ist tief. Es ist echt tief. Arschtief. Sehr tief. Richtig tief. Obwohl, es geht. Blüh. Dumm. Dumm, 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 dumm. Dumm. Kammelfleisch. Eisen. Kuhl. Hm. Hm. Kies. Holz. Kartoffeln. Gold. Hm. 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 So. 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 Oh, ich habe keinen Platz mehr. So. Ich muss gleich nochmal runterkommen. So. Oh, schade. Dann geht's weiter. Halte dich bereit. Ich gebe dir gleich die Kartoffeln. Okay. Kartoffeln, Kartoffeln, tra 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 tra. Kartoffeln, Kartoffeln, tra 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 tra. Kartoffeln, Kartoffeln. So. So. Das sind das. So. Wo bist denn du? Ja, ich bin direkt da. Wenn es um eine Kartoffel geht, doch immer, ne? Ich muss mir nur gerade noch eine Feldtacke machen. So. Ich mache mir das mal gerade hier rein. Oh, bitte. Was noch? Da bist du. Ja. Dann gebe ich dir jetzt. Tada. Tada. Deprimierend. Du runterguckst. Aber das ist doch keine Kartoffeln. Juhu. Juhu. So, dann geh ich direkt mal einpflanzen. Aber wer habt ihr noch drin? Oh. Zu früh gefreut. Wie geil ist das? Darf ich die Kartoffel haben? Bitte, bitte. Oh. Das ist mir das witzig. Ach komm schon. Hast du sie? Nö. Ich habe die wieder zurück. Warte mal. Ich laufe mal ein bisschen gerade aus. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ich habe sie, jetzt gehst du einpflanzen. Wieso ein Geier? Wieso eine Geier? Ehre die Kartoffeln in Ehren. Du dumm. Wie sollst du die Kartoffeln machen? Das ist so viel. Magst du eine Kartoffel haben? Nö. Nein. Was bringt denn Kartoffeln? Was ist das Essen? Jetzt ist mir klar. Oh, eine Vergiftete. Ui. Scheiß. Die ist giftig. Wenn wir die essen würden, dann wären wir krank. Bestimmt. Das ist, weil du die Roda wieder rausprügelt. Nein, ich gebe denen ja Knochen mehr. Dann wachsen sie mehr. Ja, dann wachsen sie nicht mehr. Ich gebe einfach nur welche bei den Pflanzen. Äh, ernten einen nicht. Ja, ich tue eine jetzt schon mal hier rein. Also wenn einer eine haben möchte, kann er die haben. Meine Kartoffel ist hier. Ich habe 10 Smaragd-D mittlerweile. 10 Smaragd? Aha. 10 Stuk. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 oder so. Ich habe 10 Stuk. 10 Stuk. Ich habe gar keinen. Ja, brauchen wir auch nicht so unbedingt. So. Also, lass mal ein bisschen. Ich glaube, ich habe das Fleisch schon leider ohne Ende. Das brauchen wir absolut nicht. Die Smaragd, die können wir vielleicht später, wenn wir mit den Dörfern mal handeln. Du hast meistens nicht weg. Ich bin aber gleich. Und wo man warst so weit irgendwie. Mach ich später mal. Könnten wir echt vernichten. Aber die sehen schön aus. Aber bei uns sind wir gar nichts. Könnten wir echt mal vernichten, würde ich sagen. Ich bin froh, wenn ich diesen Berg jetzt hier weg habe und dann die Stadtmauer wieder weiterbauen kann. Ich gehe also gleich wieder in den Keller. Gehe gleich in den Keller. Oh, habe ich ja jetzt noch was geschmissen? Oh, wie konnte ich nur. So. Aber so willst du hier so die Knochen machen, ne? Bitte? So die Knochen machen, ne? Genau. Wie Baby. Was meine diciendo? Braucht du Knochen? Im Moment nicht. Nein. Ich habe noch super viele Knochen bei mir. Okay, wie du möchtest. Ja, Halt, 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 Halt. Kann ich gebrauchen. Oh, das ist einfach kaputt. So, ich glaube, ich gehe nochmal in die Höhle. Etwas suchen. Ich habe nämlich ganz schön viel. Wir könnten auch mal eine Pause machen gerade. Oh ja. Oh ja. Dann komme ich gerade zurück ins Haus und dann können wir mal eine Pause machen. Okay. Ich war gerade auf dem Weg in die Höhle. Ups. Oh, Creeper direkt vor. Oh ja, oh ja. Oh, wobei. Oh, Schwein gehabt. Schwein gehabt. Jo. Schwein gehabt. Dann gehe ich in mein Häuschen. Ich stehe auch schon neben meinem Bettchen. Tipp. Wie war es da in der Nähe, was? Ja. Wenn nicht, sonst war es die Scheibe kaputt. Ja, wie kommt das Wind da hoch? Spinnen können wir klettern. Ja, und was mache ich jetzt? Wir machen jetzt E-Pause. Ja, aber kann ich nicht klacken gehen. Ausfällig, wir machen ja einfach Pause. Aber ich bin eine Wohnzimmerdeckung. Ne? Ja, eine Spinn. So, ich sage dann mal gerade, bis gleich. Bis gleich. Und wir machen jetzt mal eine Pause. Bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.